es gibt tatsächlich noch ein glitch aber das geht mit dem monster nämlich es gibt nur mit dem monster und wenn man jetzt 5 1 2 3 4 wenn man es einmal so macht man ist tot nämlich dass da ist ein da ist nämlich eine falle oder so mein gott denn hier war jetzt noch bitte bitte das ist genau schnell wie ich okay wieder schnell ist es sein die komische junge der mit dem kettensägel um rennen die tüten will jetzt noch ein guter kühlschrank mannlich irgendwie sch... aaaaaaaah du scheiß... das ist das isen... junge kannst du bitte mal aufhören die ganze... aaaaaaaah das kann ich jetzt alles wieder bei den ganzen... Inventar. Oh mein Gott. So, dieses Glitch ist ganz schwer. Oh, jetzt. Das muss ich so machen. Versuchen zu machen. Ja, das meine ich. Ja, oder wärst du auch durch die Wand geglitscht. Ja, gut. Und nicht schon wieder dieser Pferdchen, ey. Okay, jetzt muss ich es noch mal probieren. Ich wollte, der Fisch doch eins. Ah, nein. Aber mit dem Schau. So geht es auch nicht. Aber warte, hier draußen ist doch auch mal... Oh, nee. Bitte leck mich so. Du, ich könnte auch so machen. Wenn ich den Sicherheit prägt. Nein, nein. Kannst du das gleich noch mal machen. Na, schau mal, jetzt steckst du auf dem Wand fest. Jetzt steckst du in der Wand fest. Da kann man dich eigentlich sehr klitschen. Oh, na. Na, na, na. Ja, auf damit, ja. Auf damit, auf damit. Auf damit. Oh, Paula. Das ist meine Freundin Paula. Das ist nicht meine echte Freundin. Die haben wir nicht in der echten Welt gesehen. Bitte sei nicht sauer. Guck dir doch mal. Das geht in... Hey, warte, Fisch, ich kann das wieder machen. Ja, weil ich wie gestorben nämlich bin. Kann man sich auch da rausglitschen? Ich hab da auch mal probiert. Warte mal. Ich hab ja jetzt Idee. Wo die unsichtbare Wände sind. Wo ist die unsichtbare Wände, ey? Gibt's da nicht so? Gewinde. Ja. Es gibt ja noch was. Ich wollte doch noch was zeigen. Oh, nicht auf dem Bild laufen. Weil sonst gibt's zu schaden. Ähm. So, warte, warte, warte. Ich hab eine Idee, warte. Ich hab eine Idee, warte. Was ist das? Ich muss nicht ändern, so machen. Du musst einfach... What the fff? Ich kann durch die Maps sehen. Wie geht das denn? Und so geht's? Dann kannst du durch die Maps... Oh, Mann. Durch die Maps sehen. Warte. Aber egal. So. Glitches. Roblox. Wenn nichts gefallen hat. Es kommen wieder neue. Wieder Glitches kommen. Wenn ich wieder raus packe. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Ja, warte. Servus. Tschüss.